Als ich am Morgen des Sturms dieses Buch abgeschlossen hatte, fühlte ich mich so frei und lebendig wie seit Jahren nicht mehr. Und am Abend desselben Tages wäre ich fast ums Leben gekommen. Nun kann dir nichts Schlimmes mehr passieren. Nicht solange Annie bei dir ist. Ich bin dein Fan Nummer 1. Ein Schriftsteller ist der Gott seine Figuren, die er erschaffen hat. Genauso wie Gott uns erschaffen hat. Und was Misery angeht. Sie haben meine Misery umgebracht! Wenn ich diese letzte Seite geschrieben habe, da muss alles perfekt sein. Ich werde drei Dinge brauchen. Und denken Sie daran. Jetzt und für immer. Ich schätze alles, was Sie schreiben. Ich habe Vertrauen in Sie, mein Lieber. Mein Lieber. Untertitelung des ZDF für funk, 2017